Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin jetzt in Hamburg auf dem Binderturm. Es gibt echt schöne Sachen hier. Ich mach auch mal ein Grundsicht. Jetzt hab ich das dann mal auf dem Binderturm. Ich hab was auch mal rein. Ich werde sagen, dass ich einen Weg als Spaß mache. Ich werde mal gucken, wie ich da alle packen. Eine Fahrt kostet 5 Euro. Da haben wir das Fliegen-Cut. Ja, ich mach mich dann noch gleich hier. Ja. 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 Ich würde sagen, dass der Jenga低fast nicht dabei ist. Manches Fahrgeschäft kenne ich schon, entweder von Hamburger Frühlingsdum oder Sommertum oder sogar von München. Und hier kann man einen Mandeln kaufen, Paffee. Das macht auch mir Spaß. Eine Fahrt kostet 3,50 Euro. Und hier vorne gibt es eine Kinderkarrusche. Und hier kann man Pommes kaufen. Und hier kann man Pommes kaufen. Und hier kann man Pommes kaufen. Hier vorne macht es auch mega Spaß. So eine Deckelfahrt kostet 3 Euro. Und ich werde sagen, das geht. Hier kann man Mandeln kaufen, Popcorn. Und das da vorne, das kenne ich mich gar nicht. Ich werde sagen, ich bin fast dabei. Heute ist es leider. Leider. Aber ich bin ein paar Zucker. Und da vorne gibt es eine Nachfahne. Ich werde sagen, das Team ist in jedem Fall dabei und das hat immer von 15 Uhr bis 23 Uhr Und ich werde sagen, es lohnt sich hierher zu ziehen und ja, so jetzt geht es weiter, da kann man Dosen helfen machen, jetzt bei vorne kann man Artean setzen Und das habe ich mal in Hannover gesehen Und das habe ich mal in München auf Oktoberfest gesehen, glaube ich So, die Achterbahn, die der Bonne macht auch richtig mega Spaß So, da vorne ist die Apollo 12 Und da hier kann man die Gefächtkurven buchen Und da vorne gibt es ja auch einen Autoscooter So, hier können wir Dosen festmachen Ich werde sagen, Apollo 13 macht auch richtig mega Spaß Und da vorne kann man Enten angeln machen Und da vorne kann man Fütter kaufen Bei Apollo 13 war ich auf dem Frühstum Da habe ich schon ein Online-Video gemacht Und da vorne ist die Deathstackle Die Deathstackle, die habe ich sehr oft gesehen In Hamburg, Schwingstum, Klammertum, Pindertum Und in Hannover auf dem Südenfest Und dann in Stuttgart Die Deathstackle, die kenne ich mich sehr gut Der ognito ist für ihren Menschen Der ist für fantasy Und wenn es für die A1100 ist, weiß ich nicht Der ist für practicum Da er Erde, dass man doch herumfalle oder nicht Das ist für die F hanging diant und commemorative Das ist für Nobody Oder eine flownca Der Projektseller Nummer 2 ist auch da, das ist der Projektseller, der auch auf den Bremen, ich weiß nicht wie das immer heißt, Bremer Freimarkt, da habe ich schon einen anderen Video gemacht und da kann man vielleicht was essen. Da habe ich auch einen Online Video gemacht in Hannover. Das war ein schönes Fest, das ist auch sehr gut angekommen. Das war auch in Hannover, Oktoberfest, Frühlingsfest. Und da gibt es irgendwie so einen Markt. Da gibt es eine Kinderheisenbahn. Und dann, der Schufball hat das ein bisschen geschehen. Und hier kann man auch mit Fußball oder Dorschen machen. So, der Pränkzenter, der macht richtig mega Spaß. Das ist ein bisschen Spaß. Und dann geht's die Ouskarte mal. Und dann geht's die Ouskarte mal. Ja, das erinnert mich wie an den einen Geschäft in Hannover. Aber das ist was anderes. Aber das ist genau das Sessel. Absolut anders aufgebaut. Und ich zeige euch jetzt den Bergdänzer. Nummer zwei. Und das macht auch mega Spaß. Und ich nehme mich dann auch gleich wieder. Und dann geht's die Ouskarte. Ja, hier bin ich wieder. So, hier vorne gibt's wieder Süßigkeiten. Also, ich fasse Tung. Ich fasse mal in die Eingekin. Ich fasse mal in die Eingekin. Hier vorne gibt es Krebs und da vorne kann man schießen. Hier gibt es die Fädelmaus und hier gibt es auch Fischbrötchen, die dort los gesetzt haben Ich habe schon sehr oft gesehen, in Selle, in Hamburger. Hier gibt es einen kleinen Autoskurs. Und das gleiche habe ich auch in Padaforen gegeben. Mal gucken, wer gehe ich heute da mal ein. Die Tickets gibt es unten an der Ticketbox, Freunde. Hier kann man Süßigkeiten kaufen und da gibt es ein Geschäft. Mal gucken, wer sich da auch mal rein. Hier vorne gibt es ein Kinderkarussell. Das habe ich auch schon sehr oft gesehen, dieses Jahr. Und das eine habe ich auch schon gesehen. Mal gucken, wer mache ich davon auch mal so ein Online-Video. Da vorne kann man so Dosen-Selfen machen und Krebs durch. Mal gucken, dass die Finger auf die Kamera. Hallo. 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 Hallo! Kommen Sie auf Mönchum? Ja. Ciao. Hallo. perdu. reckt Sais. So, jetzt geht es weiter. Hier kann man wieder Südigkeiten kuchen. Flute. Und da vorne kommt auch gleich der Drum Center. Damit sind sie uns sehr oft gefahren. Ja, ich würde sagen... Hier gibt es echt schöne Sachen. Hier kann man wieder schießen. Also das gab es auch schon mal in Hannover auf dem Sissenfest. Und dann haben wir auch voranachstischen Tränen. Ja, ich hatte die Rheinland mit der Lange hier. So, jetzt hier gibt es die Autos. Hier gibt es die Autos. Die Autos. Hier vorne ist Lütze. Hier ist ein Schuto. Da hat er auch gefragt, ob ich da müssen fahren kann. Da müssen wir auch mal fahren. Dann mal mit dem Weg an sich fahren. Da muss ich mal ein Stein gehen, ein Streuen. Das ist auch hier. Und... Da können wir mal bedenken. Bedenken. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich kann auch noch ein Video machen. Das ist gut. Und ich soll sagen, es muss sich einfach hierher suchen, fahren und hier kann man sich ein Krebs kaufen. So, dann starten wir S-Kilo. Und hier gibt es wieder Sonnenabrin. So, da vorne ist hier der Domenfenster. Und hier kann ich euch gleich mal. Und da gibt es wieder ein Kindercarousel. So, hier kann man sich ein Pizza kaufen. Und da vorne ist hier der Domenfenster. Und da vorne ist hier ein Kindercarousel. So, und ich zeig euch gleich mal den Turmzenter. Und da vorne ist hier der Domenfenster. Und da vorne ist hier der Domenfenster. Und da kommt zum Schuss hier. Jetzt aber mit Schuhgeher. Jawohl, na los. Und da vorne ist hier. Und da vorne ist hier der Domenfenster. 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 Und da vorne ist hier. Bis zum nächsten Mal. 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 Und wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Seid dabei, seid einfach um die Blogger aktivieren und ich werde mich beim nächsten Video verwenden. Bis dann!